Donnerstag, der 3. November. Herzlich willkommen zu Gut Gedruckt. Und das sind die Themen heute. Wirbel um Griechenland-Referendum, G20-Krisengipfel in Cannes und Erdogan fordert deutsche Unterstützung für EU-Beitritt. Bevor sich in Cannes die G20-Regierungschefs zum Gipfel versammeln, haben die führenden EU-Staaten Griechenland aufgefordert, zügig Klarheit über den künftigen Kurs des Landes in der Schuldenkrise zu schaffen. Weil der griechische Premier Papandreou das Volk über das EU-Rettungspaket abstimmen lässt, werden die Zahlungen an Athen vorerst gestoppt. Selbst ein Euro-Austritt der Hellenen ist kein Tabu mehr. In der Süddeutschen Zeitung kommentiert Kai Strittmatter unter dem Titel Fegefeuer oder Hölle. Es hat aus der Ferne bei aller irren Waghalsigkeit auch etwas Bestechendes. Nun soll also das Volk das Sagen haben. Den Märkten soll für einen entscheidenden Moment das Heft des Handelns aus der Hand genommen, der Demokratie zu ihrem Recht verholfen werden. Lasst die Bürger entscheiden, für ihr Land und für sich selbst, hat Georgios Papandreou, der griechische Ministerpräsident, gesagt, als er die Welt mit der Ankündigung eines Referendums überraschte oder, wie manche sagen, schockierte. Es wäre tatsächlich das erste Mal seit Ausbruch der Krise, dass einer die Griechen nach ihrer Meinung fragte. Als diese Papandreou und seine sozialistische Pasuk 2009 wählten, da wählten sie einen Premier, der ihnen Milliarden um Milliarden an neuen Sozialprogrammen versprach. Sie wählten das alte Griechenland. Weil sich das alte Griechenland aber als Bankrott erwies, bekamen sie das Gegenteil. Seit eineinhalb Jahren nun kürzt ihnen diese Regierung Löhne und Renten. Sie erlässt Steuer um Steuer, das Land versinkt derweil in einer nicht enden wollenden Rezession, das Volk in Hoffnungslosigkeit und Depression. Die wiederkehrenden Szenen von Streik, Chaos und Gewalt auf den Straßen gibt es auch deshalb, weil die Stimme der Bürger, denen es Tag um Tag schlechter geht, sonst nicht zu hören wäre. Es herrscht also ein Legitimationsdefizit, und zwar in Zeiten höchster staatlicher Not. Das kann nicht gut sein für die Demokratie. Und doch wird Papandreou in Griechenland für seinen Schritt nicht gefeiert. Es herrscht Unglauben. Entsetzen gar bei vielen, die früher mit ihm sympathisierten. Was will er? Ein Referendum kann eine Feier der Demokratie sein. Doch dieses ist es nicht. Es trägt den Ruch eines jener narzisstischen Ego-Spielchen, das die Griechen in der Politik so satt haben. Gut möglich auch, dass es zu alledem gar nicht dazukommt, weil die Regierung schon vorher auseinanderfällt. Doch selbst wenn sie die Vertrauensabstimmung am Freitag überleben sollte. Der Weg bis Dezember ist lang und die Lust auf Rebellion innerhalb der PASOK wächst. Wie auch immer die Sache weitergeht, Griechenland spielt, wie die Zeitung Katemerini schreibt, russisches Roulette mit dem Revolver, dem ihm sein Premier in die Hand gedrückt hat. Wie immer sind wir selbst unser schlimmster Feind und wir sind bewaffnet. Indes stellte gestern auch der Deutsche Bankenverband klar, dass es einen Schuldenschnitt für Athen erst nach der geplanten Volksabstimmung geben wird. Hierzu lesen wir in der Frankfurter Rundschau weiter. Banken lassen Athen zappeln. Die Schuldenreduktion kann letztlich nur erfolgen, wenn die griechische Regierung bereit ist, ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten, sagte gestern Verbandschef Michael Kemmer. Solange das Ergebnis der Volksabstimmung nicht vorliegt, ist auch ein konkretes Angebot der griechischen Regierung für den Anleihetausch wenig sinnvoll. Ein Nein der Griechen würde das gesamte Rettungsprogramm über 130 Milliarden Euro wie auch den geplanten Schuldenschnitt für Griechenland gefährden. Ich gehe davon aus, dass die Griechen vernünftig genug sind zu sehen, dass die ausgehandelte Lösung besser ist als die Alternativen, sagte Bankenverbandschef Kemmer. Im Stern widmet Mark Görgen seinen Kommentar, es war einmal der Goldene Westen, dem heute beginnenden G20-Krisengipfel in Cannes. Hier lesen wir. Keine fünf Jahre ist es her, da schien die Welt noch so beschaffen, wie wir glaubten, dass sie eben beschaffen sei. Auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm versammelten sich die Staatschefs der USA, Japans, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und Russlands, um über die Welt zu beraten. Man präsentierte sich im Strandkorb, verabschiedete ein Kommuniqué, versprach Afrika Geld. Es wimmelte von Journalisten, Demonstranten, Polizisten. Nichts deutete darauf hin, dass mit diesem Gipfel eine Epoche zu Ende ging. Im Herbst des darauffolgenden Jahres begann mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers die Finanzkrise, die weltweit Milliarden von Dollar vernichtete, die aber vor allem eine Entwicklung rasant beschleunigte, den Abstieg des Westens und den Aufstieg der anderen. Wenn heute die wichtigsten Staatsführer beraten, dann nicht in beschaulicher Siebener- oder Achterrunde, sondern wie jetzt in Cannes am großen Tisch mit über 20. Und es sind nicht mehr die Mächte Europas und die USA, die Asien- oder Lateinamerika-Lektionen erteilen. Die Ordnung hat sich umgekehrt. China sorgt sich um die Schulden der USA. Die brasilianische Staatschefin fordert, die EU müsse politischen Willen beweisen. Der indische Zentralbank-Präsident drängt zu harten Beschlüssen und selbst Südafrika überlegt, ob es nicht europäische Anleihen kaufen solle, um die alte Welt zu stützen. Spanien und Portugal wiederum haben auf dem iberoamerikanischen Gipfel vergangene Woche bei den Staaten ihres ehemaligen Kolonialreichs um Hilfe nachgesucht. Sicher, noch gibt es die G7 und die G8. Doch das G im Namen erinnert weniger an groß als an gerotokratisch, quasi altersschwach. Mit welcher Legitimität sollte auch ein Gremium die Geschicke des Globus bestimmen, dem Berlusconis vagabundierendes Italien angehört, nicht aber die Weltmachtina. Die Dominanz des Westens, seiner Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur scheint uns so normal, dass vielen schwerfällt, sich vorzustellen, wie anders es einmal war. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist gestern das Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan ohne Annäherung in den zentralen Problemfeldern der deutsch-türkischen Beziehungen zu Ende gegangen. Beide feierten dort mit einem Festakt im Auswärtigen Amt die Unterzeichnung des Anwerbeabkommens vor 50 Jahren. Weiter heißt es unter Erdogan warnt Türken vor Assimilation. Erdogan bekräftigte seine Forderung nach einem EU-Beitritt seines Landes und forderte die Kanzlerin auf, ihre Haltung in der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft zu überdenken. Schon aufgrund der großen türkischstämmigen Gemeinde in Deutschland erhoffte er sich, dass Berlin für die Mitgliedschaft der Türkei in der EU eintrete, sagte Erdogan. Mit Blick auf die Geschichte sprach er von einer Schicksalsgemeinschaft. Deutsche und Türken gehörten zusammen. Frau Merkel umging das Thema EU-Beitritt weitestgehend und verwies nur auf das sogenannte Ankara-Protokoll zum Assoziierungsabkommen zwischen der Türkei und der EU, das von der Türkei bislang aufgrund des Zypern-Konflikts nicht vollständig umgesetzt wird. Zum deutschen Staatsbürgerschaftsrecht sagte sie, es bestehe kein Zusammenhang zwischen gelungener Integration und dem sogenannten Doppelpass. Ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinzeitung finden wir hierzu einen Kommentar von Georg Paul Hefti. Er schreibt unter dem Titel Bevormundung. Der türkische Ministerpräsident Erdogan ist ein politisches und rhetorisches Schwergewicht. Es lohnt sich, jedes seiner Worte auf die Goldwaage zu legen. Was er zum 50. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens gesagt hat, ist an Brisanz schwer zu übertreffen, sprach er doch über nicht weniger als drei Millionen Menschen in Deutschland. Von ihnen sind, nach verschiedenen Schätzungen oder Zählungen, ein Viertel, gar ein Drittel deutsche Staatsangehörige, also Bürger, für die überhaupt nicht Erdogan, sondern Bundeskanzlerin Merkel und die deutsche Bundesregierung zuständig sind. Es ist zu hoffen, dass Erdogan das deutsche Recht so weit achtet, dass er dessen prinzipielle Festlegung auf eine einzige Staatsangehörigkeit anerkennt. Daher ist sein Werben für die Ausweitung der doppelten Staatsangehörigkeit kein Zeichen des Respekts, sondern des Drängens und Zumutens. Dass er für mehr als zwei Millionen in Deutschland lebende türkische Staatsbürger die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit fordert oder diplomatisch verklausuliert vorziehen würde, ist der Versuch der Bevormundung des deutschen Staates. Dass er damit zugleich den Deutschen türkischer Herkunft nahelegt, entgegen ihren eigenen Absichten wieder die türkische Staatsangehörigkeit anzunehmen, ist eine unverhüllte Bevormundung derer, die selbst oder deren Vorfahren einst die Türkei verlassen und in Deutschland eine neue, nicht nur soziale, sondern auch rechtliche Heimat gefunden haben. Erdogans Aussagen haben wieder einmal deutlich gemacht, dass es der Türkei beim Arbeitsmigrationsabkommen nicht nur um Arbeitsplätze, sondern vor allem um Lebensplanung ging. Diese Erkenntnis allgemein zu gewinnen, rechtfertigt den Aufwand für eine große Feierstunde. Wir kommen nach Rheinland-Pfalz. Die Liberalen im Land haben nun angekündigt, Bildung zu ihrem Top-Thema in den kommenden Jahren zu machen. Das berichtete die Allgemeine Zeitung in einem Beitrag über den FDP-Landeschef Volker Wissing. Unter FDP will bei Bildung punkten, lesen wir weiter. Bereits jetzt werde die Partei mit der Arbeit für ein Landtagswahlprogramm beginnen, sagte FDP-Landeschef Volker Wissing in Mainz. Ziel ist es, das modernste Bildungsangebot 2016 für den Wähler in Rheinland-Pfalz zu machen. Dazu soll es Anhörungen und Kongresse geben, ergänzte Wissing. Man wolle zum Beispiel mit Fachleuten, Eltern und Schülern sprechen. Im März war die FDP in hohem Bogen aus dem Mainzer Landtag geflogen. Sie erreichte bei der Wahl nur 4,2 Prozent und befindet sich seitdem in der außerparlamentarischen Opposition. Bereits einen Tag nach der Wahl kündigte Rainer Brüderle seinen Rückzug von der Landesspitze an. Die Partei arbeite daran, das Wahlergebnis zu verdauen, sagte Wissing. Er zeigte sich zuversichtlich, in viereinhalb Jahren den Wiedereinzug ins Parlament zu schaffen. Der Streit um den Nürburgring geht in die nächste Runde. Die Forderung der Nürburgring-Betreiber nach einem finanziellen Entgegenkommen des Landes ist in der Regierung von Rheinland-Pfalz auf schroffe Ablehnung gestoßen, heißt es in der Rheinpfalz. Und weiter lesen wir in dem Kommentar von Karin Dauscher. Dicke Arme, leere Kassen. Von einem Millionengrab am Nürburgring zu sprechen, wäre wirklich fehl am Platz. Über Gräber wächst Gras, sie sind Orte der Ruhe. Der Nürburgring ist eine aktive und laute Geldverschiebungs- und Vernichtungsmaschine. Alle Geschäftspartner haben in der Vergangenheit ihren Reibach am Ring gemacht. Und die privaten Betreiber Kai Richter und Jörg Lindner wollen nicht die Ersten sein, die ins private Risiko gehen. Dass die Betonklötze namens Boulevard und Freizeitpark Ringwelt samt stillstehender Achterbahn-Investitionsruinen sind, hätten die beiden vor der Unterzeichnung der Verträge wissen können. Sie haben sich auf das Abenteuer eingelassen, sicher in der Erwartung, das Land springt in jede finanzielle Bresche. Die Landesregierung wehrt sich jetzt, macht ihrerseits dicke Arme. Aber was soll das, wenn Wirtschaftsministerin Lemke stolz sagt, sie zahlt nicht, wenn das Geld ohnehin über das Innenministerium verteilt wird? Ein ehrliches Spiel gegenüber den Steuerzahlern sieht anders aus. Ob es also Muskeln sind, die die dicken Arme machen, oder nur Pudding, wer weiß das schon. Ebenfalls ein Thema, das uns schon seit Längerem beschäftigt, die Debatte um den Flughafen Hahn. Die Allgemeine Zeitung schreibt unter, Ryanair will 1,2 Millionen Euro vom Land. In der Debatte um den Flughafen Hahn geht es Schlag auf Schlag. Nach Informationen dieser Zeitung fordert der irische Billigflieger Ryanair vom Land Rheinland-Pfalz für Werbeausgaben aus dem vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Euro. Allerdings sind die Gelder dem Vernehmen nach noch nicht geflossen. Wie in Koalitionskreisen kolportiert wird, soll Wirtschaftsministerin Evelyn Lemke von den Grünen die Auszahlung blockiert haben, mit dem Verweis auf das seit Mai für den Hahn zuständige Innenministerium. Dies, obwohl die zuständige Abteilung im Lemke-Ministerium den Sachverhalt geprüft und grünes Licht für die Zahlung gegeben hatte. Wie zu hören ist, weigerte sich das Wirtschaftsministerium zudem offenbar, die nötigen Unterlagen an das Innenministerium weiterzureichen. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums verwies an das Innenministerium und so viel, Auseinandersetzungen zwischen den Ressorts gab es keine. Insider bewerten das Gerangel um die Gelder als Stück aus dem Tollhaus. Zudem herrscht Skepsis über das Vorgehen der Landesregierung in Sachen Flughafen Hahn. Wie diese Zeitung berichtet hatte, will das Land noch in diesem Jahr sowohl Gesellschafteranteile als auch Betrieb des defizitären Flughafens ausschreiben. Dann allerdings stellt sich die Frage, was aus dem Angebot des Hahn-Managements wird, selbst mehrheitlich Anteile vom Land zu erwerben. Hahn-Geschäftsführer Jörg Schumacher wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Offenbar ist die Meinungsbildung innerhalb des Managements noch nicht abgeschlossen. Insider befürchten, dass das Vorgehen der Landesregierung dazu führen könnte, dass Interessenten wieder abspringen. Angeblich soll ein deutsch-russisches Konsortium bereits seit Längerem bereit sein, 40 Millionen Euro am Hahn zu investieren. Doch nicht nur der Flughafen Hahn sorgt aktuell für Schlagzeilen, auch der Airport in Frankfurt. So prüft nach Angaben der Mainzer Rhein-Zeitung die Stadt Mainz eine weitere Klage gegen den wachsenden Fluglärm aus Frankfurt. Unter Gegen Fluglärm, die Geißel über der Stadt, heißt es. Der Kreis Mainz-Bingen hat angefragt, ob Mainz sich der Klage von mehreren Kommunen gegen die neuen Flugrouten anschließen will. Vor allem die Südumfliegung beschert mehreren Mainzer Stadtteilen mehr Lärm. Darüber werde derzeit mit dem Anwalt der Stadt beraten, berichtete Umwelt- und Verkehrsdezernentin Katrin Eder von den Grünen im Stadtrat, der gestern einstimmig eine Resolution auf den Weg brachte. Titel? Gegen die Steigerung des Fluglärms nach Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nordwest. Als Sofortmaßnahme sollen die Flughöhen über den Mainzer Kliniken angehoben werden. An die deutsche Flugsicherung wird appelliert, bald lärmarme Flugverfahren einzuführen. Wir werden uns wehren, betonte Oberbürgermeister Jens Beutel, der gestern die vorletzte Stadtratssitzung seiner Amtszeit leitete. Es gibt leisere Anflugverfahren, man muss sie nur wollen. Die Geißel über der Stadt werde erst jetzt so richtig spürbar, nachdem die neue Landebahn am 21. Oktober offiziell in Betrieb gegangen ist. Täglich erreichten ihn deswegen viele Mails und Nachrichten, das sprengt alle Dimensionen. Eine gute Nachricht zum Schluss. Der rhein-hessische Arbeitsmarkt hat sich im Herbst 2011 weiterhin günstig entwickelt. Die Allgemeine Zeitung titelt Quote erstmals unter 5 Prozent. Nach einem erneuten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Oktober wurden erstmals weniger als 16.000 Arbeitslose gezählt und die Arbeitslosenquote fiel unter die Marke von 5 Prozent. Allerdings war der Rückgang größtenteils dem Einsatz von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu verdanken und betraf fast ausschließlich Arbeitslosengeld zwei Empfänger. Wir kommen nun zu unseren Veranstaltungstipps mit vielen Ideen für Ihre Freizeit. Die Evangelische Erlösergemeinde Mainz-Kastell zeigt in Kooperation mit der Galerie Mainzer Kunst die Ausstellung Den Augen ein Fest. Präsentiert werden Malereien von Juliane Gottwald. Das Besondere an dieser Ausstellung, die Malereien hängen in der Kirche der Erlösergemeinde und werden dort präsentiert. Juliane Gottwald malt großflächige, farbenfrohe Früchte und Blumen wie zum Beispiel Astern, Tulpen und Zwetschgen oder sogar einen Kreppel. Den Augen ein Fest, noch bis zum 6. November in der Evangelischen Erlösergemeinde Mainz-Kastell. Nähere Infos unter erlösergemeinde-kastell.de 150 Jahre freundschaftlicher Verbindung zwischen Japan und Deutschland sind auch für das Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern Anlass, die Kultur des Partnerlandes zu präsentieren. Die Puppen Japans Formen des Gebetes Verkörperungen der Liebe heißt die Ausstellung. Sie zeigt Puppen aus den verschiedensten Bereichen der japanischen Kultur. Die aufwendig angefertigten Figuren sind Kultobjekt, Symbole, Glücksbringer, sie sind Theaterfiguren oder Abbilder der Gesellschaft. Die Puppen Japans noch bis zum 26. Februar 2012 im Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern. Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf theodor-zink-museum.de The Eye is a Lonely Hunter – Images of Humankind Das ist der Titel des 4. Fotofestivals Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg. Deutschlands größtes kuratiertes Fotofestival hat das Ziel, ein facettenreiches Bild der Menschheit unserer Zeit zu präsentieren. Veranstaltungsorte sind die Kunsthalle Mannheim, das Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum, der Heidelberger Kunstverein und andere. Begeben Sie sich mit dem 4. Fotofestival auf eine Reise in das Reich des Menschen. Noch bis zum 6. November in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Weitere Informationen auf fotofestival.info Das war die Ausgabe der Presseschau an diesem Donnerstag. Das ganze Team von Gutenberg TV wünscht Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020